Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich werde weiterlaufen und sie muss weiterleben Harold? Ich habe noch einen langen Weg vor mir, aber ich habe den Dreh noch nicht raus Du stinkst Wo bist du, Harold? Ich werde Queenie Hennessy retten Hast du etwa getrunken? Das einzige Stück, das du läufst, ist zum Auto Ich kann nicht anders, Maureen Dann geh nach Barrick-upon-Tweed Sind ja nur ungefähr 500 Meilen Hast du die Nachrichten gesehen? Du bist überall Die Menschen sind so nett Da ist noch ein Zimmer, sie können hier übernachten Danke Ich rette Queenie mit ihnen Mein Mann, man muss ihn aufhalten Verstehe Er marschiert quer durch England Er könnte einen Unfall verursachen Was er da tut, ist wundervoll Kannst du nach Hause kommen? Du könntest das auch Was ich hier mache, kann jeder machen Man muss nur loslassen Die Dinge, von denen man meint, dass man sie braucht Ich habe mein ganzes Leben lang doch nichts getan Und jetzt endlich tue ich was Kriegen Sie keine Angst? Unter freiem Himmel scheine ich mich weniger zu fürchten Haben Sie einen Sohn? Ich fürchte, ich habe meinen Sohn furchtbar enttäuscht Du konntest dich nicht mal von ihm verabschieden Du musst an ihn glauben Ich will wieder nach Hause Ich will meinen Sohn Du bist fast da Noch 18 Meilen Das ist gar nichts Ich laufe quer durch England und rette so eine Frau vor dem Tod Vielleicht braucht die Welt jetzt genau das Etwas weniger Vernunft oder ein bisschen mehr Vertrauen Und das ist gar nichts Dann kann man ganz auf eOME Das ist gar nicht כ ordinance Ich will mir viel